Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Overwatch, wieder zusammen mit Xa. Servus und Manubis in ihrer altgewohnten Rolle, oder? Jawohl, also Xa, der Scharfschütze, Anubis, der Soldat und ja, ich versuche wieder zu heilen. Wir haben eine ganz coole Truppe, glaube ich. Wir haben einen Tank dabei, wir haben einen Roboter hier dabei, also einen Geschützturm quasi. Und an den werde ich mich auch ein bisschen halten, denn der ist erstens Level 25 und zweitens Bünderverteidigungsmission, die wir haben. Sicherlich nicht ganz weg, auch wenn er hier gerade ein bisschen orientierungslos in der Gegend rumläuft. 5, 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Oh, den verstärke ich gerade mal, aber ich hoffe, ich hatte eine gute Position. Weiß nicht, der ist hier zielsicher hin, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das eine gute Position ist, aber scheinbar schon. So, ich gebe ihm Schaden. Geht gut aus. Außen toben die Gefechte. Bisher habe ich noch keinen Gegner zu Gesicht bekommen. Ja, das liegt daran, dass ich alle ausgeschaltet habe. Okay. Xa räumt auf. Hast du eine gute Position erwischt, scheinbar? Oh ja. Und jetzt ist ein Notzer auf mich. Was? Sauer auf dich? Ja. Ich sehe dich da oben stehen, aber... Zumindest schießen wir alle in meine Richtung. So. Wer läuft da hin? Wer kann sich niemand verstecken? Ja. So, ja, ich bin hier im Bunker. Au, 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 au. Komm, rein halt. Oder bist du tot? Nein, 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 bin ich nicht. Das ist zwar ein bisschen langweilig, aber eigentlich eine gute Taktik. Man hat hier einen relativ sicheren Bunker. Hier bin ich drin. Hier ist der Geschützturm drin. Und, äh... Und hier kann man immer wieder einen sicheren Rückzugspunkt machen. Okay, Xa ist jetzt leider ein bisschen weit weg zum Hallen. Aber du hast dich selbst gehalten, scheinbar. Ich habe hier eine Heilkugel, ja. Ja, dafür bin ich da, ne. Nichts, danke, Leute. Okay, der hat da oben eine saugute Position. Schauschütze? Das ist... Oder wer? Nee, der hat einer dieser, dieser, dieser Bombertypen da. Der hat eine verdammt coole Position davor steht. Ich muss jetzt mal wiederfinden hier alles. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Der hier jetzt. Komm jetzt mal. Oh, 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 oh. Ja, da oben ist er nämlich. Jetzt muss ich zusagen, wie komme ich da drauf? Das ist gefährlich jetzt hier gerade. Jetzt ist der, ist der Roboter leider tot. Ja, können wir dich um den anderen Typen da? Nee, der ist schon tot. Achso. Der, der hat zu viel abgerichtet. Da waren die ganze Zeit Granaten reingeflogen. Jetzt haben sie unseren Bunker hier unterbestimmt. Wir müssen einen anderen Bunker suchen. Unsere Stellung ist aufgeflogen. Ach, Mist. Jetzt hat er so wieder aufgescht. Wo sind die denn alle? So meilenweit weg hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Stammt. Heiße. Wir müssen das Ziel verteidigen. Schafft diese witzige und vor mein pöttisches Visier aktiviert. Der Sieg ist da. Halt den Stand. Nein. Helden sterben nicht. Seh auf. Seh auf. Mach was. Ah. Ah. Okay. Neu orientieren. Gucken, wo sie sind. Berteidige Punkt A. Wir müssen den... Ich hasse diesen Ulti. Fuck. Wir waren eigentlich gut. Wir waren eigentlich gut, aber... Kann ja noch erinnern. Dann ist unser Bunker aufgeflogen. Oh shit. Bin hinter dir. Okay, ich bin weg. Ich weiß. So, jetzt müssen wir uns mal... Müssen wir uns mal neu sortieren hier. Händere uns. Alter Vater. Das war gar nicht gut. Ah, da war ich grad noch... Da war ich grad noch im... Verdammt. Ich hätte einfach nach hinten weggehen müssen. Ich wusste nicht genau, wo es herkam. Mann, 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 Mann. Schari. Also, da oben muss ich ein Gekko. Vor mir kann sich niemand verstecken. Oh. So. So. Wo ist unser Tank? Wo ist unser Schutzturm? Man weiß es nicht. Da kommt der Tank. Der Geschützturm ist drin. Der Tank läuft von mir weg. Kaiser! Mann! Ah! Schon viel besser. Wie geht's euch hier draußen so? Ja? Alles gut. Oh, alles gut. Oh, da oben ist einer. Das ist ja voll fies. Das ist eure gerechte Strafe! Da kommt hinter die Barriere! kochen! Das macht's ja voll voll! Okay! Oh, dass was hat... Oh! 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 Ich sehe unseren guten... Wow. Ich sehe unseren guten... Da. Da ist unser... unser Geschützturm und unser Wandelnder. Was? Wie? Was? Nein. Ich will doch... Egal. Sieht so aus, als hätte ich es dir eingekommen. Wo tut's denn weh? Hat sie gerade mal wieder gefragt. Anubis, wo tut's weh? Nirgends gerade. Linker Zeigefinger. Nicht? Kampfschnitt. Ach, schlusser. Wow, wow, wow. Unübersichtliche Situation gerade. Wohne ist einer, der ziemlich beschädigt ist. Und tot ist. Warum sind wir auch so leid tot? Achtung. Das ging gerade nochmal gut. Jupp. Halsscharf vorbei. Er hatte es auch in Heiler abgesehen, glaube ich. Ach, was. Halsscharf. Oh. 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 Mmh. Oh. 60 Sekunden müssen wir das noch halten, dann haben wir es. Das geht. Das geht, wir haben das. Das geht. Oh, der tank, der tank, der tank, der tank. Es ist fast so, als fühlte ich wieder etwas. Ich fliege dich wieder zusammen, tank. Genau. Warum geht der so weit vor? Weil das jeder die Gegner sind. Ja, aber warum? Wir müssen so, ja, der zweite kommt, das muss man nur mal die Verteidigung aufrechterhalten. Irgendwie steckt der hier in mir drin. Nein, nein, nein. Ah, ein bisschen zu spät. Ein bisschen tank mal mit erwischt. Wir haben's. Ja, ja, ja. Boah, Alter. Also, den ersten Punkt haben wir doch sehr schnell hergegeben, nachdem unser Bunker da aufgeflogen war. Aber der zweite, der war auch nicht einfach einzunehmen, glaube ich. Das ist ganz schöner Engpass, durch den die da müssen, durch dieses Tor. Ja, das ist echt eine miese Stelle. Hier, das war aus dem Bunker, ne? Da hat er die ganze Zeit da seine Stellung gehabt. Das ist wirklich eine coole Position gewesen. Also, da ist er auch ganz ziemlich erhin. Ich glaube, das kannte der. Mhm. Das war erstaunlich. Denke auch. 4300 Heilung. Xa, 14 Solo-Kills. Das gibt doch einen Punkt. Ja, Heilung gibt auch einen Punkt. Ja. Oh, es gibt sogar drei Punkte. Komm, einer geht noch. Au. Yay. Super. Haben wir doch mal wieder einen Sieg davon getragen. Sehr schön. Und, äh, zwei Tote hatte ich nur. Da war ich jetzt sehr erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie oft seid ihr gestorben? Nur mal so Interesse halber? Auch nur zweimal. Ich habe gerade nicht drauf gehabt, aber es waren mehr als zwei. Also bin ich normalerweise mit dem Heiler auch mehr dabei. So, im Durchschnitt habe ich fünf, stand da. Oder sogar 5,6 oder irgend so was. So. Ich musste gerade mal unprofessionell was trinken nebenbei. Uh, wie unprofessionell. Total, ne? Total. Wie kann so jemand nur YouTube machen? Huch. Los. Nicht genügend Spiele. Suche ein neues Match. Oh. Netzt sich die Zeit. Dann machen wir wieder den Lootbox ab. Oh, ich habe keine bekommen. Mano. Helden-Galerie. Da müssen wir hier mal reinschauen. Schauen wir mal da, neu. Bei Reinhard ist was Neues. Sprays. Kann das Logo... Hier. Reinhard kriegt, äh... Oh, ich habe schon wieder Kohle gekriegt. 50. Äh, hier. Hier. Ausrüsten. Zack. So. Wie sieht das dann aus? Wo ist denn das Symbol, was ich da drauf gemacht habe? Keine Ahnung. Ich wollte ihn mal richtig angsteinflößend gestalten, aber das funktioniert nicht. Hast du ein Skin? Hier. Ne, so ein Spray. Weiß ich nicht, wo das landet, ganz ehrlich. Ach so, das kannst du in-game irgendwo an die Wand sprühen. Aber wer das jetzt genau macht, weiß ich nicht. Ach so ist das. Okay. Weil, ähm... Das ist diese... Übel. Parimari. Ah. Ähm... Wo ist meine... Wo ist meine Mercy da? Die hat eine neue Siegerpose. Oh. Eine neue Siegerpose. Entspannt. Mhm. So nennt sich das. Entspannt. Gut, ich würde sagen, ich brech die Suche mal ab und mach neu, weil jedes Mal, wenn wir irgendwie rausfliegen und dann eine Suche laufen haben, irgendwie, dann passiert nichts. Ich mach die mal neu, meistens geht's dann relativ schnell. Oh. Das erste Zeit. Eineinhalb Minuten. 1,26. Ja. Mal gucken. Ansonsten... Wo ist mein Roboter? Für den hatte ich nämlich schon nen Skin. Ich bin doch immer so blind. Ich... Wo ist denn hier was? Moment. Ist das... Nein. Das ist... Ist... Hier da. Bastion. Da. Oh man. Jetzt wollte ich grad... Jetzt wollte ich grad den neuen Skin anschauen. Aber der Skin, der war knatsch-orange. Hab ich nur so gedacht. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Das ist vielleicht auch nicht so gut, ne? Wenn man dann so leuchtet und sagt, hier bin ich. Ja, das glaub ich ein bisschen kontraproduktiv. Könnte. So. Bleib ich bei der Heilerin oder machen wir was anderes? Was haben wir? Angriff? Angriff ist eigentlich eher Heilerin. Jetzt komm, machen wir mal... Mal schauen. Wenn wir uns nicht zu sehr verteilen... ... geht es. Obwohl ich auch gern mal wieder Wumms machen würde. Ich hatte Solo... Wir hatten ja letztes Mal gesagt... Oder einige... Eine der letzten Folgen hatten wir ja gesagt... Äh... Ich will unbedingt den... Äh... Reaper testen. Das hab ich gemacht. Ja. Ein Treff. Das hab ich gemacht. Nein. Der ist als Gegner irgendwie fies. Aber selbst zu spielen ist der auch echt schwierig. Und äh... Da... fehlt's dann doch noch ein bisschen. Baufußball spielen. Komm. Anobis Fang. Oh... Rüber. Latte. Was soll ich fragen? Wie wo? Den Ball hier. 5... 4... 3... 2... 1... Yay! Oh, warum renne ich eigentlich vor? Äh... Das ist was falsch. So... Wen haben wir denn da? Das ist dieser Tank... dieser Meck Tank, den wir dabei haben, gell? Mhm. So ein rosanes Kügelchen auf Beinen. Und noch ein Tank. Haben wir zwei Tanks? Ist das euer Ernst? Oh, da oben ist der andere. Oh, wir nehmen den erstmal ein. Holter! Das sind irgendwie viele. Nehmen wir den Zielpunkt an. E-tabieren die Position. Anubis? Wir machen das, gell? Äh... Ja, ich dachte du warst verwundet. Ja, ich spiel hier grad mit dem Tank hinten. Ah, okay, weil... Weißt, er hat mich. Okay. Wir sind genau in der Mitte bei dem zu erobernden Punkt. Ich bin irgendwie ziemlich tot. Ah, danke. Es war zu spät, schade. Ah, schade, 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 schade. Wieso nehm ich? Ah, die hat... Ja. Um die Ecke hat er. Ich bin tot. Vorsicht! Ich fragte mich, warum ich tot bin. Ja, weil... 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 Weil halt... Weil... Weil das kannst. Ne, kann ich nicht. Eben nicht, ne? Da bin ich wieder. Du, was für dein Geld, Tank. Boah, der Tank ist schon wieder hier hinten. Mann, oh Mann, oh Mann. So viel heilen musste ich ja noch nie. Hä? Und wo krieg ich denn jetzt hier? Ja. Wahrscheinlich von hinten. Das wird der Tank sein. Da oben. Oben drauf. Komm hern her. Helden sterben nicht. Die Stunde hat geschlagen. Alter, Tank, 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 Tank. Boah, was war das denn? Ach, das war die Ulti. Uh, die Ulti ist da reinmarschiert. Perfekt hier, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren das grad zu viele. Oh, böse. Die nehmen grad einen. Die Punkt verloren. Wer sich mit mir anlegt. Spiel mit dem Feuer. Aber wir haben es fast gehabt. 97%. Uns fehlt nicht mehr viel. Die müssen wir jetzt nur zurückerobern. Dann haben wir die Runde. Also zumindest den ersten Punkt in dieser Runde. Wo wir sie nennen. Das ist wieder. Uff. Ach, vorsicht hinter mir. Das ist eine super... Super irgendwo. Wo sind die schon da rum? Ah, ich will da hoch. Ah, egal. So. Die Leute müssen da hin. Andere Richtung an du bist. Durch die Mitte müssen. Ja, ich wollte sie nochmal da durchkommen. Und was ich uns anschleichen kann. Rechts von uns hinein. Ah. Wir müssen da rein. Ich geh. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. Ich geh'n. ich bin tot ja ja aber 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 das kriegen wir andererseits wieso ja weil da ein paar draußen sind rechts von uns scharfschütze lasst euch nicht abknallen das kann nicht mal eine stunde hat geschlagen so knapp das war es sich niemand versteckt noch mal verdammt noch mal ich spüre nicht einmal das war auch zu unkoordiniert weißt du da waren einige irgendwie außen rum dann waren einige durch die mitte durch die mitte glaube ich jetzt gar nicht da war ich ja auch zugegebenermaßen dass das war aber andererseits hatte ich jetzt keinen anderen weg ehrlich gesagt war außen einer links kommen konnte zu laufen okay aber dann wäre es eigentlich auch eher weiter weg gewesen ja guter teiler das problem war ich hatte den tank nicht mehr im blick weiß nicht wo der sich rumgetrieben hat und dann ist es echt schwierig ich Eistreck. Eistreck. Ah, das ist dieser Revolver-Speak da. Der kann auch den Speed verteilen. Okay, jetzt haben die den Punkt. Ah, okay, steht an. Ah, scheiße. Uiuiuiui, das war eine Gift-Minion, die ich da rein bin. Von hinten! Ja, irgendwie hinter uns gekommen. Oh, das ist der Punkt. Boah. Wenn du den im Nahkampf hast, dann hast du dich echt verloren. Ja, da hab ich echt so üblich ein Gas. Ja. Okay, wir sind jetzt glaube ich jetzt nicht alle gestorben. Wieso krieg ich hier von der Seite? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir werden gerade schon an unserem Ausgang belagert. Oh. Da war eine Bombe. Nein! Okay, die Runde werden wir wohl auch verlieren. Wow. Wir vor allen Dingen, das legen wir schon. Oh, was? Wie? Nein, 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 nein. Ich bin hinter dem Tank her. Der ist hier in den Tod gesprungen. Wie soll der Scheiß? Ja. Ich hab Shift gedrückt, als der Tank an mir vorbei ist. Das war echt so doof. Der Tank schießt an mir vorbei in den Tod. Ja. In den Abgrund. Und, äh... Und ich drück Shift in den Moment und spring hinterher. Na gut, das war eine Scheißrunde. Gebt mir das mal ganz offen zu. Ja. 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 Das ist... Aber gut. Gehört das nicht. Ja, das war genau diese Aktion, wo ich gesagt habe. Den Nahkampf hast du. Das war das. Die Ulti hat einfach gesessen. Oh ja. Aber sowas dann. Jo. Block der Schaden. Komm, kriegt unser Tank das halt. Gut. Na gut. Hat nicht sollen sein denn in der zweiten Runde immer wieder. Wenn die erste einmal gewonnen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und, äh... Ja, wir gehen weiter üben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüß.